Ja, das kann man halt nicht. Hundis! Kommt raus! Los! Feine Hundis! Hundi, komm! Na ja, du kommst hierher, Freund. Du bleibst hier sitzen. Du bleibst hier. Du kommst raus. Los! Ach, dann bleibst du am Eingang sitzen. Dann ist mir das auch relativ wumpe. Ach, Glas brauchen wir noch. Ich bin jetzt beiseite. So. Ach, und eine Tür machen wir uns auch gleich noch. Wir werden auch im Laufe der Zeit, werden wir auch noch verschiedenste Dinge machen. Wir werden in den Nether gehen. Wir werden den End besuchen und uns auch Dungeons, Stronghold suchen. Wir werden alles ausprobieren. Wie gesagt, es kommt halt drauf an, ob euch jetzt das Let's Play gefällt. Wenn es euch gefällt, dann machen wir das alles noch. Wenn es nicht gefällt, dann stampfen wir die Idee auch gleich wieder ein. Und dann, heh heh, ja, dann hat sich das auch schon erledigt, denke ich mal. Ja, ich bin mal dafür, dass wir, ja. Ach, ein Hoch. Ja, das soll denn so eine Art Bauernhaus werden hier. Hm, ich war gerade am Überlegen gewesen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Zack, 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 zack. Ah, dürfte erstmal reichen. Moment. Zack, 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 zack. Hm. Hm. Ich habe überlegen. Machen wir das vielleicht sogar so? Hm. 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 Hier werden wir sicherlich auch etwas länger dran bauen, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt auch wieder eure Ideen mit einfließen lassen, auch wenn ich jetzt erstmal so ein bisschen vorweg bauen werde. Aber mal schauen. Ja, hier machen wir auch. Zack. Zack. Wir machen es so. Tja. Nein, die nehmen wir jetzt nicht. Zwei vom Rand, hier drei. Zack. Zwei vom Rand, hier eins, zwei. Ui, wir sollten mal langsam wieder was essen. Auch lustig. Ha. Auch genial. So, das Brot essen wir jetzt erstmal. Dann essen wir Essen, 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 Essen. Wo ist Essen? Da ist Essen. Da ist Essen. Da ist Essen. Da ist Essen. Machen wir das von drinnen. Ich glaube, wir machen das mal von drinnen. Ich werde jetzt erstmal, scheißegal, ich werde jetzt erstmal die Mauer nach oben ziehen. Ich werde jetzt mal... Ich werde jetzt mal... Nichts. Ich werde jetzt mal 유DVNooooon und m'. Jetzt mal hier. S Jr. Im Namen. Halle H fuckin' Deine. Ja, nicht wundern, ich werde immer ein bisschen stiller, wenn ich baue. Aber ich glaube, das haben so alle Let's Player an sich. Gerade dann auch noch so bei der mysteriösen Musik. Wie machen wir das? Genau, wir machen das so. Gehen wir einmal rüber, stürzen runter. Ja, dann knetter ich wieder rauf. Ich mache das so, 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 so. Und machen wir so, so. So, wie sieht das denn aus, wenn wir das so machen? Joa, ach, wir machen das einfach. Na, da kackt bei mir gerade so ein bisschen die Framerate hin. Na, da, da. Ah, da. Ja, da. Ja, da. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und ab hier. 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 1, 2, 3 und ab hier.